Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. So, wir wollten gucken, was sich hinter der Tür verbirgt. Alter! Das sieht alles so merkwürdig aus hier. Keiner da. Ich glaube, das hat einen Unfall. Das sieht seltsam aus. Hm. Was ist das? Klasse C. Ich weiß nicht, was das mit diesen Karten auf sich hat. Was ist das? Wer bist du? Chiron hat dich gebracht? Ich bin mit dem KPD, wenn das was du fragst. Wir haben nicht einen Verkauf von diesen Teilen in... Never, ich glaube. Du hast einen jetzt. Wow. Was sind das für Wichser gewesen? Ah. Jetzt habe ich den Dreh raus da. Mit. Da ist eine offene Tür. Ein Funkgerät. Selbst gebaut? Ich glaube nicht. Äh. Door Unlocked. Okay. PC. Mit Feuer und Schwert spinnen. Ja. Hier scheint es nichts Interessantes zu geben. Was? Move? Oh. Wie move your... Keine Ahnung. Wow. Fuck. Wow. Unmenschlicher Körper. Da komme ich nicht rein. Da gucken wir mal auf dem PC. Ähm. Voice from Glow. Glaubt ihre Lügen nicht. Die Plage ist noch da. Liebe Unbeliebte. Wie gesagt. Wer das lesen möchte. Äh. Hab ich ja schon in einer anderen Folge gesagt. Das soll mit auf Pause drücken. So. Mails. Äh. 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 Meine liebe Annie. Äh. Okay. Keine Daten. Oh. Mit Feuer und Schwert. Level 1. Ah. Da sind wir. Ah. Feuerschwert und die Spinne. Ah. Feuerschwert und die Spinne. Ah. Level 2 geschafft. Ey. Ich will Level 3 spielen. Arschloch. So. Dann gehen wir uns mal da hinten die offene Tür angucken. lass mich raus. Hm. Janita lasse die Tür öppen. Hier ist wieder so eine Karte. Okay. Okay. Ich möchte nicht allzu lange in diesem Status hier bleiben. Komm. Geh. Oh. Ein Modell Flugzeug. Ähm. Okay. Hier ist wieder so ein Buch. Ha. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels. Wir wollen das nicht lesen. Äh. 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 Die Mauer steht aufrecht. Schätzchen, die sie ihrem Land gebracht haben. Genug ist genug. Mhm. Erdgeschoss. Krabinski. Genau. So. Ne. Erster Stock. Natürlich. zwei Mal HN. Helena, Nowak Wohnungen vor. � hav ownt. 1006. 104 und 106. Okay. Oh, der hat das Spiel auch? Level 3! Okay, das machen wir ein andermal. Wie ist das? Wie ist das? Ach ja, was denn. ...during war, took one life, sent for one, of you, to get into his head. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Whoa. Borrowed through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. What can you tell me about the tenant in Apartment 7? Tenant? Yeah, I'll meet him. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. No. Yeah. Was ist das, dieses Nanozeug? Okay. 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 sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.